So, willkommen zurück zum obdachlosen Lümmel hat, war eine kleine Essenspause eben, die brauche ich, probiere jetzt einmal hier die Glatzis und ansonsten, das sind glaube ich die Hauptkasse hier dran, wo wir dann die Lüfter und so bei Eagle Way manipulieren sollen Aber erstmal machen wir es hier weiter, nachdem wir uns hier voll gesammelt haben und wir erstmal reingeklafen sind Ich finde es ein bisschen scheiße, dass uns die Cops dann halt trotzdem, wir lassen auch noch nerven, das kostet dann echt viel Zeit dann am Ende Ja Ja Das heißt die Cops nerven uns, wenn wir Glatzkippe jagen, die eh schon kaum anwesend sind Du bist kein Glatzkopf Das ist anstrengend, wenn die Cops auch noch rumlaufen Wollen wir hier echt wenig Leute sind Du hast ne Glatzkopf Du hast ne Glatzkopf Du hast ne Glatzkopf Den nehmen wir mit Weiß ich, ob ich mich dann vielleicht nicht nur in diesem einen Bereich hier aufhalten sollte, aber Ne So eins The first one winning smoothly Wollen ich aber auch so wenig auszuhören die ganze Zeit Ähh, let's try again Ähm Ähm Ein Glatzkopf Am besten nehmen wir gleich zwei mit, einen den ich auf dem Wagen tue und einen den ich in der Hand habe Hier ist ein Glatzi, hier haben wir ein Bett mit ihm, und ich gehe mal in Richtung nach Hause, in Richtung zurück zu dem Typen, du hast, du hast Haare, du hast Haare. Komm, gib mir noch ein Glatzi, keine Glatze, keine Glatze, der hat eine, ich nehme dich mit, Danke, so haben wir kommen, anderthalb Minuten haben wir nur noch, also nicht mehr viel Zeit. Karl, und herkommen bitte, danke, so, drei, also noch zwei Stück in einem Minute, das ist machbar. Er hat Haare, er hat keine, ah, scheiße, warum auch immer jetzt der Kopf da um die Glatze machst, jetzt den Kopf mit Glatze, ja, toll. Ah, es wird schon so knapp jetzt, er hat keine Haare. Die haben alle Haare. Egal, komm, wir legen uns schon mal den hier rein, haben wir schon mal vier. Einer noch, komm, jetzt haben wir Glück und vorne ist einer, komm. Ich weiß das, ich kann es spüren. Und scheiße auf den Kopf jetzt. Können wir auch einen Kopf mit Glatze da reinmachen? Obwohl man hier echt hat. Scheiße, die Kopf. Ah, komm, 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 komm. Ja, was? Nein, ich hab was geschafft. Oh, keine Haare. Es ist eine sehr große Haare, die ich will, ich zu examinen. Können Sie mir das unterstützen? Oh, ich bin der Ring wieder... Oh, nein, alter. Goddammit, was ist das? Ach, halt, die Schnauze, Kopf. Zeit für dich. For some reason, my current employer doesn't see the full potential of this battle. I've got you. I've got you now. That's why we only get a few minutes to get with the data. Better hurry up, assistant. Still resisting? That's unwise. Was war das denn gerade, Alter? Das war halt echt nicht fair, ne? Ach komm, wir gehen jetzt, kann man die Kürze irgendwie abbrechen? Ne, wir laden. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Punkt war. Oh, voll scheiße, ey. Oh, die Quest läuft ja immer noch. Ohohoh. Keine Zeit für euch. das bringt ja nicht noch nicht mal was also wenn man stirbt also voll wenig ohne haare rum so halt schon fast nicht mehr möglich was machst du denn da ich bin davon gelert dass er nicht geklappt hat da Das geht mit so einem Keks hier ey, das geht mir voll auf den Sack. Ich muss am besten echt quasi von da unten, hier hoch gehen dann. Aber egal, das machen wir nicht mehr jetzt. Ich will die, ich will noch die andere Küste von Evil, Evil Way. Bis 4 Uhr nachmittags darf ich noch machen. Nein, zwischendurch. Ach komm, das ist nervig. Boah, das ist richtig nervig. Geil. Ja, warte, erst mal gegessen. Und trinken. Ja, das ist nervig. 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 Ich will ihnen meine Liebe. Nicht persönlich, natürlich. Sie sind nicht wertvoll. Sie sind meine Zeit. Hier ist ein schönes Läden, wie ich selbst, kommt in. Ah, ah. Ah, ah. Ja. Ja, ich vermute, dass die Worte ein bisschen zu schwer werden, für diese leidige Brüte zu verstehen. Ein einfaches Gesture, scheint zu sein, ist ein Universel. Symbolisch. Powerful. Oh, wenn ich nur so ein Zeichen wusste. Ja. Das ist alles. Großartig, mein Junge. Aber Decorum verhindert mich aus diesem Krügel gestures. Also, ich brauche dich zu sein, mein Messenger. Geil. Wie geht das? Wie geht das? Wie war das nochmal? Der Tee? Ja, genau. Minister von Gregory havee 느낌 lauchедend. Oh je Einibuck auf Another, was. Pussu. Wärtsin. Hör, Cosa kunst du bekommst mich an. die hauen da sofort auf mich drauf das heißt ich muss ja immer kaputt lassen jetzt jedes mal für das geld ich erledige die quest scheiß mal aufs geld jetzt ja nein nicht Das war's. ich hab sogar plus gemacht am ende ich brauche ich muss zu heilen gerade und 20 44 kommen wir uns oder alter schwede diese aufgaben hier ne das w scheiße ich gehe da oben zum j nordwesten aber das ist das mit dem weh ist echt kacke also ich glaube die crystal heraus wenn das jetzt weiter geht im wege anstrengend hinlegen also jetzt feierabend so weiter richtung nordwesten zum jott zu jerry noch ein weh was hat er hier was muss ich hierfür sammeln das ist meine ernst Da zieh ich an der dann. Wirf nicht in den Badeanzug in den Container. Okay. Hier ist nämlich nur einer. Ernsthaft? Ernsthaft? Hier gibt es glaube ich keine mehr, ne? Ne. Da war doch eben nur einer. Wie soll ich das machen? Geht noch einer? Ah, der hat auch noch eine Klatte. Man, der geschneckt hat Chobi zugab 5, aber da muss wirklich jedes Mal einer da sein, ja? Okay, jetzt ist mir noch einer da, ja? Wenn man die gleiche so gefasst hat. Wie anstrengend jetzt immer in den Händen herzulaufen. Aber egal, lange Zeit immer in den Haus geht das ja. Nein! Keiner! Ich muss ihn beeilen, muss ich mich trotzdem. Das hat sich gerade wieder hingelegt. Toll! Mitkommen! Das wird trotzdem echt eng! Komm! Keine Zeit! Ich schwöre bei Gott, diese Quests von diesem Typen sind gar nicht dafür da, um die fertig zu kriegen. Oh, der Baden geht, Junge. Alter, sind diese Questscheiße von dem, ne? Mein Gott, ey. Sorry, aber geht gar nicht, ey. Okay. So, was das? Jetzt geht die Straße hier runter und einfach nur geradeaus. Jetzt geht es hier links die Straße runter. Kann man direkt hier aus? Ne, bis zum Ende, ne? Ja, bis zum Ende und dann da einfach lang. Das müsste klappen. Das ist halt hier. Du denkst, dass er uns als echte Freunde betrifft? Ja, das ist halt hier. Du weißt, die kinder Freunde, die nicht in die Schmithereine rufen. ich habe keinen fack von diesen wiss ich habe oh meine hartlich ein freundliches zu tun wenn du mich fragen Du denkst, dass er überhaupt nicht interessiert wird, wenn wir explodieren? Ich glaube, dass wir unsere Freundschaft mit Mr. Jello wiederholen würden. Nachdem wir die Polizei wegnehmen, geht's! Danke! Find some cover before they see you again! Easy going! Ne! Das war dumm! Ich muss ja hier nochmal los mit dem Essen kochen, ne? So, geschafft! Wo ist denn meine Base? Äh... Ja, jetzt kannst du uns ganz zum Süden, ne? Warte mal! Shit! Ich habe hier eine Feder gesehen! Ah, ich muss nochmal rumgehen? Komm ich hier rum? Ach, Leute! Ihr lernt euch nicht, ne? Naja, irgendwann! Äh... Ich wollte darum... Darum... Und dann... Ne... Äh... Äh... Vielleicht? Hä? Wurde ich lang? Ich bin grad verlaufen! No! Aber noch eine Feder! Ja... Will ich haben! Da war das! Muss ich hier rum! Da dann genau! Aua! Ach, komm schon! Dass das nicht so schwer wäre! Aua! So! Da sind wir Richtung Süden auf jeden Fall! Na hause, Kollege! Und dann... äh... schnell wieder hoch zu ihm away! Wie leid, deswegen gehen wir jetzt mal nach Hause! Dann berechtig auf dem Weg! Äh... Jetzt müssen wir südlich! Also irgendwo hier! Da! Die Treppe sagt's mir immer! Und danach auf zur Evil Way! Ob es hier immer noch Buggy ist? Ich kann's halt so aufkaufen wie ich Bock hab, ne? Ich kann's halt so aufkaufen wie ich Bock hab, ne? Er ist halt echt Buggy! Schade! Ah, schade! Er hat mich jetzt wirklich nur noch um die Quests zu kümmern! Die Quests lass ich dann leider! Er ist voll für Bug mittlerweile! Erst was mit dem... Erst was mit dem Text! Dann mit diesem scheiß Quest! Weiß ich nicht! Also... Mäh! Schade eigentlich! Es ist lustig! Es macht Spaß! Aber damit wir auch mal was schaffen! Gibt's in dieser Folge auf jeden Fall noch, äh... die Quest hier! Ich muss ja nur bis 15 Miners warten! Und das machen wir jetzt eben! So! Also der Cut war jetzt in Ordnung! Ich hab quasi... Und Pause-Button in der Aufnahme! So! Machen wir weiter! 11 Uhr 53! Ja! 59! 12 Uhr! Oh! Oh! Und ich muss jetzt viel erwarten, ne? Hm! Kann es echt nicht abbrechen? Shall we? Ja! Ja! Kann ich dir helfen? Technische Inspektion! Wir müssen deine Untergrund-Ventillation System! Entschuldigung! Ich habe keine Inspektionen für heute! Weil es nicht planiert! Wir haben eine Warte! Ich bin Inspektor Alex von Bumsville-Polizei! Oh! Inspektor! Ja, natürlich! Bitte! Komm! Komm! Ich bin ein bisschen nervig! Willkommen zu Bumsville-Way! Willkommen zu Bumsville-Way! Hier ist die Warrant! Ich brauche diesen Technikern, um deinen Basement zu inspectieren! Hoffentlich gibt es keine Probleme mehr! Oh! Das Spiegel mit dem Polis-Business? Das war nie meine Intention! Gut! Also, nur zwischen dir und mir! Ich will nicht ein bisschen messen mit meinem Business! Haha! Haha! Ist da irgendein Weg? Ich fühle mich! Ja! Ich denke, ich muss dich über diese Unternehmen-Polizei fragen! Warum nicht den Technikern seine Arbeit machen lassen, während wir hier bleiben und einen kleinen Chat haben? Aha! Okay! So, jetzt aber! Ja! wir haben keine chance hier immer ranzugehen richtig und keinen schlüssel finden wozu gibt es das bad hier wir reingucken ok so gut belüftung system haben wir zwei gefunden hier kommen wir nicht an welchen schlüssel haben was den schlüssel nicht ok das war jetzt einfach als gedacht gut okay das ist doch alles viel einfacher sein können ja jetzt auch hier ich habe kein müll mehr hier ach der ganze müll ist noch rum ok hier hinten immer da ich denke das war der letzte verdammt es scheint mein Körper zu finden oh well at least we tried let's just stick to the plan um uh huh don't worry I'm sure we'll find it after we steal the machine speaking of which I think it's lunchtime already hot dogs come and get it wait that's not our usual lunch ah your boss reduce the food budget ah typical mr bones I bet the buns are empty or the weenies are of doubtful quality how dare you they are at least thirty percent meat fine let's give them a try oh oh bathroom break hey there friend I'm supposed to let you know that there are no cameras in the bathroom nobody would know if you beat up someone there took their keycard and disabled the security system huh this time you can be the last one laughing I'll be on my way good luck nice yes we have the keycard time to disable security and get the machine out of here control table control table control table control table control table pilfer schluss ah here ah nice ah here she is let's move it brothers ah here she is let's move it brothers okay okay now we just have to wait for big bro ah he'll come don't have a cow great so we're stuck here like sitting ducks full pigeons i hope your stupid bird comes before before they find out that we've stolen their machine my big bro will be here soon you just have to hold them off until he arrives great and where are you going from over Ja, bessere Möglichkeit gibt es gar nicht, weg mit dir, wow, weiter, krank Ah, wegkommt Mösslich getroffen Ich bin kein Medik, aber das sieht schlecht aus Ich bin kein Medik, aber das sieht schlecht aus Ich bin kein Medik, aber das sieht schlecht aus Ich bin kein Medik, aber das sieht schlecht aus Ich bin kein Medik, aber das sieht schlecht aus Ich bin kein Medik, aber das sieht schlecht aus Hmm Gesundheit Schaut die Petroleum sein? Oh, geschafft! Geschafft! Hoffentlich! Kann doch bestimmt nicht mehr schief gehen, oder? Oh Gott! Was? Was? Das war's? Wie das war's? Glaube ich nicht Glaube ich nicht Ja, gut Also ich sage jetzt mal ganz ehrlich dazu Also nicht, ist die Spielidee wirklich cool Wirklich, wirklich cool Erstmal gehört Epic Games Und zwei Und zwei Ich habe halt sehr viele Probleme gehabt mit der Steuerung Und dann kommt dazu, ja sie so buggy quest und so gefallen mir natürlich gar nicht ne an sich ist das spiel wirklich cool also es macht echt laune aber es ist nicht dass ich jetzt sagen würde hey ich würde somit auch nach der story noch weiterspielen ich werde das speichern wenn noch eine neue story kommt werde ich das auch noch weiterspielen aber bis dahin machen wir erstmal einen kleinen break damit das hab ich ja nicht durch ich bedanke mich fürs zuschauen hoffe es hat euch auch gefallen auch wenn ein bisschen am rumradischen war jetzt vorhin mit dem professor wünsche ich erstmal noch einen angenehmen tag abend oder wann auch mehr guckt heute rein tschüss bis zum nächsten projekt was auch schon fest steht